Markkauf-Wiele ab dem 23. Januar oder bei Facebook slash Markkauf-Wiele Kommt und Spaß! Des Weiteren verabschieden wir unsere Kollegin Rita erstmal in Urlaub. Rita hat eine wahnsinnige Leistung vollbracht. Das wird sie euch gleich selbst erzählen. Ich gebe dir schon mal die 100. Herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Energieleistung. Bin stolz. Musik 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 Hallo, ich möchte mich also von euch jetzt verabschieden für die nächsten zwei Monate. Ich gehe zu einer OP, ich habe abgenommen 100 Kilo. Das entspricht dieser 100 Liter Milch. Ich bin mega stolz auf mich. Ritas Markkauf-Wiedelwert wird auf jeden Fall weitergehen. Ich werde mich zwischendurch mal melden, wie es mir geht. Und vor allem möchte ich mich einfach mal bedanken bei meinem Freund Martin, der immer zu mir gestanden hat. Und das ist meine liebe Kollegin Natascha. Die habe ich in der Zeit zweimal abgenommen.